Willkommen Freunde zu einer neuen News-Ausgabe. Heute geht es unter anderem um Unravel. Denn Unravel hätte fast gar nicht Unravel geheißen. Außerdem geht es um den YouTuber Nebelneak, der macht momentan einfach einen unglaublichen Abo- und Views-Boom durch. Dann geht es um The Division, ein sehr schönes Spiel, das jetzt bald die Beta startet. Der Client für die Beta kann schon 48 Stunden vor Beginn heruntergeladen werden. Es geht um Rise of the Tomb Raider und ich glaube, das waren alle Themen. Auf jeden Fall eine coole, prall gefüllte News, jetzt gleich innerhalb der News, nach dem Intro. Wie immer, bleibt also dran. Wir sprechen über Electronic Arts, denn die haben einige Probleme mit dem Markenschutz. Und zwar sprechen wir über das Jump'n'Run Unravel. Es scheint ja am 9. Februar für PC, PS4 und Xbox One. Und hätte fast gar nicht Unravel geheißen. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Electronic Arts hat Probleme mit dem US-amerikanischen Amt für Patent- und Markenschutz. Denn deren Antrag ist jetzt abgelehnt worden. Und zwar kann man sich den Namen Unravel, oder konnte man sich den Namen Unravel nicht sichern und kann sich den immer noch nicht sichern, weil oder wegen der Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung mit dem Brettspiel Beary's Unraveled Game. Die haben auch diesen Titel versucht schützen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob es bei denen jetzt funktioniert hat. Auf jeden Fall ist das natürlich ein kleines Problem. Man hat natürlich diesen Antrag schon vor einiger Zeit eingereicht. Und zwar Anfang 2015, ein halbes Jahr später, also Mitte 2015, ist das Ganze dann abgelehnt worden. Und dann war es jetzt auf einmal so, dass das ganze Thema herausgekommen ist und man hatte einige Probleme. Denn das ist natürlich blöd, wenn man diesen Titel als Unravel verkauft oder bewirbt, zum Beispiel auf der E3 oder sonst irgendwo. Und dann darf er gar nicht mehr so heißen. Gegenüber der Kollegen von Gamesport hat Electronic Arts sich übrigens jetzt nochmal geäußert und gesagt, die Verwirrungen rund um den Markenschutz oder der Markenschutzprobleme, da gibt es jetzt keine Auswirkungen auf den Release-Termin. Also Unravel wird auf jeden Fall am 9. Februar erscheinen und der Name wird nicht geändert. Also Unravel wird weiterhin Unravel heißen und nicht irgendwie lustiges Jump'n'Run mit einem roten Woll-Schnäuel sonst irgendwie. Das könnte man sich auch nicht merken. Und wäre halt werbetechnisch auch ein Desaster. Details oder ob sich überhaupt jetzt die Parteien einigen konnten, das weiß man nicht. Aber der Name wird auf jeden Fall so bleiben. Finde ich ganz gut, weil Unravel kann man sich besser merken als irgendwie einen anderen langen Titel, oder? Rise of the Tomb Raider erscheint ja Ende Januar für den PC. Endlich und wahrscheinlich mit einer besseren Grafik als zum Beispiel auf der Xbox One oder der Xbox 360. Denn für diese beiden Microsoft-Konsolen ist ja Rise of the Tomb Raider Ende 2015 erschienen. PC kam halt erst später, beziehungsweise kommt erst im Januar. Die PS4-Version kommt erst Ende 2016. Da haben sich im Vorfeld schon viele aufgeregt. Da regen sich immer noch viele auf. Und jetzt fragen wir uns einfach mal, dieser Zeitexklusivitäts-Deal. Was hat der Microsoft denn eigentlich gekostet? Ja, laut des Branchenanalysten Michael Pachter, den kennen wahrscheinlich die Leute, die regelmäßig die News verfolgen, habe sich Microsoft diesen Deal ungefähr 20 Millionen US-Dollar kosten lassen. Der Marktforscher David Cole hat sogar jetzt gesagt, hey, das Ganze hat sich nicht gelohnt. Alles unter 100.000 US-Dollar ist wahrscheinlich sogar ein schlechter Deal geworden oder gewesen. Denn man muss mal überlegen, die PS4 ist im Gegensatz zur Xbox One deutlich erfolgreicher und Marktführer. Und man hat bis jetzt 35 Millionen Exemplare der PS4 verkaufen können. Laut der Analysten seien Microsoft, beziehungsweise nicht Microsoft, sondern Square Enix, der Publisher von Rise of the Tomb Raider, 150.000 US-Dollar schon durch die Lappen gegangen. Und laut Pachter würde eine Verzögerung von 6 Monaten ungefähr 20% der Verkäufe kosten und ein Jahr Verzögerung ungefähr 40%. Das ist verdammt viel Geld. Außerdem wurde Anfang 2016 bekannt gegeben, dass Tomb Raider, also Rise of the Tomb Raider für Xbox One und Xbox 360 insgesamt eine Million Mal verkauft worden ist. Das ist jetzt nicht so wirklich viel, sind natürlich auch nur zwei Konsolen. Man muss jetzt natürlich abwarten, wie es dann mit den Verkaufsteilen für den PC aussieht und dann auch später für die PS4. Ob es eine PS3-Version geben wird, ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall, da steckt wieder viel, viel Geld hinter. The Revision erscheint ja jetzt endlich mal am 8. März. Da warten sehr viele Leute schon sehr, 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 sehr hart drauf. Kann man es so sagen, sehr hart drauf? Auf jeden Fall startet ja jetzt bald die Beta und zwar am 28. Januar für die Xbox One, einen Tag später dann für PC und PS4. Und jetzt ist bekannt gegeben worden, dass die Beta 48 Stunden vor dem Beginn per Preload heruntergeladen werden kann. Für welche Konsole oder für welche Plattform, das ist noch nicht bekannt. Also für PC, PS4 und Xbox One oder nur für PC oder nur für Xbox One, das weiß man nicht. Das wird man aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann mitbekommen. Und für den PC ist der Beta-Client ungefähr 26 GB groß. Also für PS4 und Xbox One wird der Beta-Client dann auch ungefähr in der Größe groß sein, denke ich mal. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man sich dann den Beta-Client schon mal vor der Beta herunterladen kann. Dann kann man nämlich pünktlich zur Beta auch anfangen zu zocken. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir die Beta mal angucken, wenn ich denn einen Key bekomme. Und ihr, ihr auch? Oder sagt ihr eher so, The Division, naja, nicht so mein Spiel, vielleicht eher Unravel. Das ja fast gar nicht Unravel geheißen hätte. Oder hätte heißen sollen. Egal. Wo wir schon mal beim Thema Musik sind. Musik! Ich denke, weil die meisten von euch wissen, dass ich ein riesengroßer GG Anderson-Fan bin. Nicht nur, weil er mir damals das Leben gerettet hat. Dad! Ich möchte heute einfach mal die Gunst der Stunde nutzen und über einen YouTuber sprechen. Denn das hat ja auch alles ein bisschen was mit Games zu tun. Und zwar sprechen wir heute über Nebelneak. Ich denke, einige von euch haben den Namen schon bei Twitter, bei Facebook oder bei YouTube gehört. Denn das ist momentan der deutsche YouTuber, der einen unglaublichen Abo und Views-Boom hat. Also es ist wirklich unglaublich und deswegen wollte ich da einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Und auch gerne euch mal fragen, warum ist das denn einfach so? Was mache ich falsch? Muss ich zum Beispiel mehr rumschreien? Auf jeden Fall. Nebelneak. Er hat in den zwei Wochen vor Weihnachten mehr als 100.000 neue Zuschauer dazu gewinnen können. In dem Zeitraum vom 28.12.2015 bis zum 12.01.2016 hat er, also in 15 Tagen insgesamt, seine Abozahl verdoppeln können. Und zwar von 100.000 Abonnenten auf 200.000 Abonnenten. Das ist viel. An einem Tag macht er bis zu 10.000 neue Abonnenten und mehr als 500.000 Views. An einem Tag. Und das Ganze ohne Cross-Promotion. Er hat nicht an irgendwelchen Projekten wie Varro oder so mitgemacht, die halt sehr, sehr stark pushen können und wodurch einige YouTuber dann auch ziemlich groß geworden sind. Nein, er hat das einfach so geschafft. Natürlich haben auch einige Minecraft-Youtuber dann bei Twitter zum Beispiel gesagt, hey, der Nebelnink, der ist ziemlich cool. Haben ihn ein bisschen beworben. Aber den ersten Schritt hat er auf jeden Fall alleine geschafft. Er ist 18 Jahre alt und hat den Fokus auf Minecraft gelegt. Jetzt sagen viele, okay, Minecraft. Wenn man Minecraft spielt, dann ist das Ganze ja gar nicht so schwer. Aber er hat recht aufwendig produzierte und sehr viel geschnittene Minecraft-Pvp-Videos auf seinem Kanal, die er am Tag wohl angeblich laut eigener Aussage bis zu 14 Stunden schneidet. Da ist natürlich jetzt die Frage, Arbeitsaufwand in Kombination mit dem Humor, in Klammern Schreien und dann noch Minecraft, ist das einfach das Erfolgsrezept? Was ist an dem Typen so cool? Ich habe eben nur mal kurz reingeguckt. Ich bin sowieso jemand, der recht wenig YouTube-Videos überraschenderweise guckt und Minecraft sowieso nicht. Aber mir ist halt auch aufgefallen, er schreit wirklich sehr viel. Er übersteuert dauernd und hat sehr, sehr viele Schnitte drin. Mich persönlich würde das nerven. Also der Typ an sich ist vielleicht super sympathisch. Ich kenne ihn jetzt nicht, also nicht gegen ihn. Aber mich selber würde das ein bisschen nerven. Deswegen, ihr merkt das ja von mir aus oder von meinen Videos, ich bin eher der ruhigere Typ und versuche eher Inhalte rüber zu bringen und ja, ist nicht mehr so meins, so zu schreien. Aber ich bin auch keine 18, ich bin mittlerweile fast 27 Jahre alt. Deswegen einfach mal gerne eure Einschätzungen in die Kommentare und wer jetzt sagt, hey, man kann heutzutage auf YouTube nicht mehr groß werden, das ist Schwachsinn. Man braucht natürlich ein bisschen Glück, aber man braucht auch Können, Motivation, Ehrgeiz und so weiter und so fort. Und ja, das waren auf jeden Fall die Wörter zum Sonntag beziehungsweise mein Satz zum Samstag. Und wir gehen zur Abmoderation. Ja, Leute, willkommen zur Abmoderation. Willkommen zur Abmoderation. Ich bin ein bisschen durcheinander, denn, das muss ich mal ganz kurz erklären, ich habe meine Wohnung halt unterm Dach, also im zweiten Stock unterm Dach. Das ist sehr schön, eine sehr schöne Wohnung. Ich wohne hier sehr gerne, aber da hinten, in dieser Richtung, hinter der Kamera, hinter meinem Wohnzimmer befindet sich eine Fensterfront. Und hinter dieser Fensterfront befindet sich ein Haus, ein kleines Haus dahinter, ein größeres Haus, das höher ist und genau so hoch ist wie dieses Haus. Und da ist ein Balkon und auf diesem Balkon, wenn man da steht, kann man hier genau reingucken und ich muss halt die ganzen Fenster alles aufmachen, also die Jalousien, damit wir, also der Kameramann, genug Licht hat. So, heute Morgen stand dann da auf einmal ein rauchender Nachbar, okay? Auf einmal kam dann seine Frau auch noch da raus und stand dann daneben. Ich dachte, okay, gut, ich moderiere weiter. Dann kam noch ein Freund, auch auf diesem kleinen Balkon. Und dann kam noch jemand, also zu viert standen die auf dem Balkon, rauchend, Kaffee trinkend und ich so, ja, an Rebel und hier News und, äh, hallo. Es war ein bisschen verwirrend, also wenn ich ab und zu vielleicht mal rübergeguckt habe, ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber, ja, es war heute auf jeden Fall mit Publikum. War sehr cool und, äh, ansonsten, ihr könnt natürlich immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, ihr könnt gerne einen Kommentar unten in den Videokommentaren da anlassen. Und, äh, ansonsten, wir sehen uns in der nächsten News oder beim nächsten Horrorgame bei GTA oder sonst irgendwie. Und, äh, ich gehe, glaube ich, einfach mal vorbei und frage, ob die irgendwie eine Tasse Zucker haben oder eine Kippe. Nein, ich rauche hier gar nicht. Na gut. Äh, ja, schönen Sonntag euch. Äh, Samstag. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ja.